Auf dem Tisch. Ja, da oben. Da oben ist es. Na siehste, das geht da mit Paulchen. Paul bekommt getrocknetes Katzengras. Und ich, frische Erdbeeren. Cappuccino. Und ich, frische Erdbeeren. Du machst ja hier in Konik die Esse, oder? Ja, da guckst du, oder? Da guckst du. Paul. 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 So, mal sehen, was er jetzt macht. Da guckst du überhaupt hole, da guckst du nicht, aber das reicht, heute Abend gibt's jetzt wieder was, wenn jetzt leckerli. So, gut war's. 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 Vielen Dank.